Ich lief die kanopische Straße entlang wie ein Pfeil, die man vom Bogen geschossen hatte, und war damit Yalta und Lavi so weit voraus, dass ich immer wieder auf sie warten musste. Am Eingang zum Bibliotheksgelände hielt ich inne und musste voller Ehrfurcht Luft holen, legte staunend die Handflächen vor der Brust zusammen. Vor uns erstreckten sich zwei schier endlose Säulengänge auf beiden Seiten eines großen Innenhofes, der zu einem prachtvollen Gebäude aus weißem Marmor führte. Als ich meine Stimme wiedergefunden hatte, sagte ich, »Ich kann erst nach Apollonius suchen, wenn ich einen Blick in die Bibliothek geworfen habe.« Ich wusste, dass sich in jenem Gebäude nur wenige Schritte von mir entfernt zehn riesengroße Seele mit der halben Million Texte befanden, von denen mir Yalta erzählt hatte. Mein Herz schlug Kapriolen. Meine Tante hängte sich bei mir ein. »Ich auch.« Wir schlenderten durch den Innenhof, der voller Menschen war. Philosophen, Astronomen, Geschichtsforscher, Mathematiker, Dichter, jedweder Art von Gelehrten, wie ich mir vorstellte, obwohl es sich wahrscheinlich nur um ganz gewöhnliche Bürger Alexandrias handelte. Als wir den ersten Saal erreicht hatten, konnte ich mich kaum satt sehen an dem riesigen Raum, mit den vielen, vielen Fächern, die sich bis zur Decke hochzogen, an jedes beschriftet und mit Schriftrollen und in Leder gebundenen Kodizes gefüllt. Wahrscheinlich lag hier irgendwo auch Enheduannas Erhöhung Inannas, ebenso wie zumindest einige Werke griechischer Philosophinnen. Mir schien der Gedanke absurd, auch meine eigenen Schriften könnten eines Tages hier liegen. Dennoch stand ich da und gab mich einen Moment lang diesem Traum hin. Während wir von Saal zu Saal schlenderten, wurde ich einiger junger Männer in kurzen Tuniken gewahr, die umhereilten. Manche trugen ganze Stapel von Papyri, andere standen auf Leitern, brachten Schriftrollen in den Regalfächern unter oder staubten sie mit Flederwischen ab. Ich bemerkte, dass Lavi sie aufmerksam beobachtete. »Du bist sehr still,« sagte Yalta und drückte sich an mich. »Ist die Bibliothek so, wie du gehofft hattest?« »Sie ist das Allerheiligste,« sagte ich. Und das war sie auch, obwohl sich unter meiner Ehrfurcht auch ein winziges bisschen Ärger schlich. Eine halbe Million Schriftrollen und Kodizes waren in diesen heiligen Hallen untergebracht, und bis auf einige wenige waren sie von Männern verfasst. Was wir von der Welt wussten, das hatten Männer geschrieben. Auf Yalta's Drängen kehrten wir schließlich um, um nach Apollonius und den Männern zu suchen, die über die Entfernung zu Gott diskutierten. Wie es Apion vorhergesagt hatte, trafen wir sie unter einer der Kolonnaden an, wo sie beisammen saßen. »Wer ist der Dicke mit dem Purpur in der Tunika?«, sagte Yalta, und blieb in einer Nische stehen, um ihn zu beobachten. »Wie sollen wir es anstellen, ihn von den anderen wegzulocken?«, fragte ich. »Oder bist du so kühn, ihm einfach ins Wort zu fallen?« Der alte Mann war mitten in einem offenkundig hitzigen Streitgespräch. Wir drei gehen einfach die Kolonnade entlang, und wenn wir in der Nähe sind, rufe ich, »Apollonius, seid ihr das? Was für eine Überraschung, euch zu sehen!« Es wird ihm gar keine andere Wahl bleiben, als zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen. Ich schenkte ihr einen anerkennenden Blick. »Und wenn er Haran von unserer Begegnung erzählt?« »Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Aber wir haben keine andere Wahl. Er ist unsere einzige Chance.« Wir taten wie besprochen, und obwohl Apollonius offensichtlich nicht wusste, mit wem er es zu tun hatte, verließ er seine Bank und kam auf uns zu, um uns zu begrüßen. »Erkennt ihr denn nicht deine alte Freundin?«, fragte Yalta. »Ich bin Yalta, Harans Schwester!« So zuschte ein schmerzlicher Ausdruck über sein Gesicht. Doch dann machte sich Freude in seinem Blick breit. »Ah, ja! Jetzt sehe ich es! Ihr seid aus Galiläa zurückgekehrt!« »Und ich habe meine Nichte Anna mitgebracht, die Tochter meines jüngsten Bruders.« Er ließ seinen Blick über mich schweifen, dann über Lavi, wodurch sie sich genötigt sah, auch ihn vorzustellen. Der alte Schatzmeister schenkte uns allen ein strahlendes Lächeln. Sein Bauch war so groß, dass er sich an der Leibesmitte zurückbeugen musste, weil er sonst nach vorne gekippt wäre. Er rauch noch Zimtöl. »Seid ihr bei Haran untergekommen?«, fragte er. »Wir konnten nirgendwo anders hin«, sagte Yalta. »Wir wohnen jetzt schon über ein Jahr bei ihm. Und heute ist das erste Mal, dass wir sein Haus verlassen haben. Eine Freiheit, die wir uns nur deshalb nehmen konnten, weil er nicht in der Stadt ist.« »Ich muss zugeben, ich bin etwas enttäuscht von der Auswahl des Hörschnipsels, das der Verlag uns zur Verfügung gestellt hat.« Wir erfahren nicht wirklich viel. Anna besucht mit ihrer Tante die Bibliothek von Alexandria. Die Bibliothek mit den zehn großen Sälen wird als gut besucht beschrieben. Anna hat große Ehrfurcht vor den Schriftrollen und den Stapeln beschrifteter Tafeln. Danach gehen die Frauen zu den Säulengängen und sprechen den Schatzmeister Apollonius an. Abrupt hört die Hörprobe auf. Wir können es nur ein Bild von der Hörbuchsprecherin Tanja von Naro machen. Sie hat bereits zu ca. 100 Hörbücher gesprochen. Bekannt ist ihre Stimme durch die Liebesromane von Sophie Kinsella. Aus dem Klappentext erfahren wir, dass es sich um eine fiktive Geschichte von Anna, der Ehefrau von Jesus von Nazareth, handelt. Die Geschichte von Jesus kennen wir ja aus der Bibel. Die Geschichte seiner Frau ist mehr oder weniger Spekulation. Die christliche Lehre baut darauf, dass Jesus nicht verheiratet war. In Textstellen im apokryphischen Evangelium des Philippus gibt es Hinweise, dass Maria Magdalena seine Frau war. Für die Autorin zu Mohn Kitz ist das Buch Anna bereits der vierte Roman. Die früheren Romane wurden millionenfach verkauft. Ihr Roman, Die Bienenhüterin, stand mehr als zwei Jahre auf der Bestsellerliste der New York Times. Somit darf man gespannt sein auf das neue Hörbuch von Sumo und Kitz. Wie denkt ihr darüber? Wollt ihr euch das Hörbuch kaufen oder habt ihr es schon gehört? Eure Meinung würde mich interessieren. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 14 Stunden und drei Minuten. Es ist am 17. August 2020 bei der Hörverlag erschienen. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Hörbuch. Bitte lasst auch ein Abo da. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe.